Ja, ein Level brauche ich noch. Das haben wir nicht officially completed. Mit dem Season 4 Battle Part. Was sagst du, der Season... Stimmt nicht, 2. I'm a liar. Du bist ein Liar, das weiß ich. Äh, ja, ich brauche noch irgendwie 10 Stück oder so. Na, was wollen die denn balancen? ADC? Oder doch Support? Was steht denn überhaupt? No gameplay thoughts. Iconic themes, fun gameplay, accessibility, weakness. Modestart, a very powerful juggernaut, but remain kiteable. Senna and Aphelios have incredible range and utility, but no means of escaping an Assassin or Diver. This is something that we want to continue in the future. WHAT?! What we need to improve, clarity and complexity. Aha, release balance. In general, these gems released too strong, and we looked too long getting them to a good balance state. This resulted in repeated and drawn out nerfs. Bla bla bla. Balanced champion releases. Bla 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 bla. Faster, stronger follow ups. Bla bla. Dudes. Just, just say, you nerf this and you buff that and you nerf fucking Zed cause he's bonkers OP. Make his fucking WCD 30 seconds. And don't give range for Senna when she gets sold. And while you add it, remove the AD part too. Die wa- das was? I mean, das konnte- Also, also remove every gun from Aphelios, so he can't auto attack. Hahaha. Und was macht er dann? Routen. Ah! Routen und Q. Das reicht. Da braucht er nichts. Ah! Ja, das macht Sinn. Fair and balanced und so. Ja geil, mein teammate landet wieder bei mir, alter. Ich bin dead. Ah, okay. Take every gun you have, you know. Fuck off, you fucking piece of shit. Hinter dir! Ja, haha! Dude, can I find something else except P20s and Mozambiques? Moritz, look at this! Moritz, you are sure to play these weapons. Ich bin dead. Ich komm gleich, vier Sekunden hab ich heal fertig. Da oben oder? Ich hab nur noch se- wait, ich hab nur sieben Schuss. Was ist hier drin? Ich hab nur nur sieben Schuss. Fuck P20. Hahaha. Der holt die Banner. Gar nichts macht er. Ich geh jetzt hin. Ich geh jetzt hinten hin. Der revivet ja niemand. Nicht solange ich hier stehe. Muss ich aber da respawnen. Muss er da sonst respawnen. Muss er da sonst respawnen. Weiß nicht. Da 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 da. True. Aber er ist hier nicht. Müssen eh nach links. Also whatever. Ah, sind wir ja nochmal gut rausgekommen hier. Was hast du das denn gepuncht? Ja. Was hat das denn gepuncht? Schilder. Fünf Kilometer. G7 und Eber. Ist das nicht Bonkers? Ja. Couldn't fucking have anything else. Couldn't. Standard stocking. There's a fucking one. Gs Browler. Lieblings gun. Das ist nicht mein Lieblings gun. Wo ist das? Nein! Ah, da hat er respawned. Hier. Ah, ja. Gib mir den Money. Gib mir den Money. Ah, ja. Gib mir den Money. Ah, ja. Dieses Parfing ist wieder mal. Triple-A. So, like trial. Ja. Hey. Danke schön. Spielst du eigentlich immer noch mit vielen Granaten? Ja. Why not fucking kill them? You fucking lifeline. Willst du längst oder willst du zu lifeline? Eigentlich willst du links. Aber... Dein Gewissen sagt dir rechts. Ja. Aber ich folg jetzt nicht meinem Gewissen. Gut. God, I have shit guns. So fuck. Gut. Dann haben wir ja... Dann haben wir ja ein Play. Kannst du das, wenn du schon ein paar Minuten ingame bist, an einem Rucksack vorbeiläufst und dir dann denkst, Wait. Hat noch gar keinen. Kennst du das, wenn du immer noch keinen Helm hast? Oder Nocturne Shield? Ja. Go Zone. Go Zone. Why? Go up a hill and jump. Why would we go up zone already? Makes... Die sind hier, wa? Not much sense, does it? Close. I would still like a different gun than a G7. Also gehen wir nicht fighten. Also... Also... Go Zone, oder was? Von mir aus können wir fighten gehen. Ich mein, du hast ne scheiß Amor. Ich hab ne scheiß Amor. Ich hab keinen Helm. Du hast scheiß Waffen. Das wäre... Pretty much nen... Dead End. Ah, die sind close. Okay, jetzt müssen wir fighten. Die sind close. Oh... Ne. Ich mach's mir ne Granate. Einer noch. Close, bei dir. Amor broke. Low HP. Andermower on me. Oh, no. Ich helf dir! Fucking up damage. Er hat fast keine HP mehr. Unser weight is on me. Hier. Da. Da läuft einer, Rune. Ich weiß. Ich geh, ich geh runter. Der ist doch hier close an der Wall, oder nicht? Ne, doch nicht. Ah, die sind oben auf dem Berg. Warte, ja. Ja, Munition, gib her. Und nen Helm, nice. Hier ist einer. Ne, das ist von uns amite. Er schreckt mich doch nicht so. Da kommt er. Ja, ich komm. Broke Amor. Holy shit. Ja. Okay, nice. Hab ihn finished. Wait. Oben auf dem Haar. Oben auf dem Building, gell? Komm, peek. Der Typ hat echt ne goldene Haarwuch. Bleib. On him. Ja, kommen wir halt nicht hoch, wa? Weil das ist halt der Revenant. Bro. Hab ihn. Insane. So, jetzt schnell machen, dann können wir gehen. Ich werde abgehängt schon wieder. Ja. Wo ist er in uns? Ja. Er hat keinen Arm. Das ist all du. Das ist all mich? Okay. Hab ihn. Ich bin zwar silenced. Ich bin silenced. Ich kann kein Jump hit machen. Was brauchst du? Oh no. Da ist ein Gold Barrel drin. Ich bin dead. Links, rechts, links davon. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Noch einer. Ich hab ihn. Ich muss heim. Ich denk nicht, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Letzte Armour broke. Ja. Mom. Dead. I need fucking. I need a fucking. I need a fucking. Bro, rede mit mir. Mad Kid. Hier. Wo? Da. Digga, sag das doch mal früher anstatt nur anzufangen. Like, hello? Rede mit mir, du hast einen Mund. Und jetzt, du, du hast ihn nicht benutzt. Dude, ich bin panisch. Ich seh das schon. Der eine hatte halt einen Gold. Brauchst du auch einen? Den hab ich genommen. Gut. Hier, nimm den Scheiß. Schild Batteries hab ich. Schild Batteries hab ich. Schild Batteries hab ich. Ja, whatever. Oh, man. Panik, Panik, Panik. Don't grieve it. What do you mean grieve it? Du, du hast seit anderthalb Minuten den selben Satz angefangen. Junge, ich war stressed, okay? Ich war fucking stressed. Wie kann man eine Minute lang nicht eins... Ich wusste genau, dass du ein Mad Kid brauchst. Ich hab's mir schon gedacht. Oh, but you grieved it. Fuck off. Panik. Kenn ich gar nicht von dir. Junge, ich war im Fight und musste auf mein HP achten, wegen der Zone mit vier Syringes. Brother. Es ist okay. Oh, meine Fresse. Ja, ich heil mich erstmal, ne? Get me into the fucking game. They are fucking... Da! Gut, wir müssen das jetzt verhalten. Wir haben Zeit. Stimmt, zwei Minuten. Armour broke vom Bloodhound. Armour broke vom Pathfinder. Oh, Bloodhound ist dead. Down, meine ich? F***ing die already, man. Nein! Sie ist lockt. Barf einer. Links. Ja, ja, wo? Rechts, nimm den Ding. Ah, ja. Ah, okay. Ah, dead. Like, ha? So was. Das brauch ich. So was. Drei. Drei. Ich hab ne Wingman Second Weapon. Wah, ich mach grad alles mit der Brawler. Die... Ich hab die Bengal-Ulaki durch die Smoke genockt. Hat er jetzt das Thermal genommen? Ja, ich glaub schon. Hat... Hat jemand fucking... äh... Garnaten, Alter? Nee. Wie heißt das Ding auf Englisch? Das Thermal-Bizir? Thermal. Jo, can you... Can you give me the Thermal-Site? For my Brawler? Or do you need it? Lifeline. Ignored. No answer is an answer, right? Ähm... But, close? Nicht so. Nicht so. Nicht so. Insane. Noch drei Squats, war? Nicht so stressvoll, oder? Ja, die fighten gerade irgendwo. Tun sie? Ah ja, tun sie. Äh, Drop? Der hat ne Devotion. Jaaa, gut. Da sollten wir vielleicht auf Close gehen. Okay, zwei Squats. Ah, ich gedacht. Weißt du auch, wo die waren? Zufällig? Nope. Hast du was gehört? Nope. Gut, da waren die Slum-Legs. Oder Containment? Einer ist in der Zone gestorben. Das ist gut. Das heißt, sie sind nur zu zweit. No, man. Das ist halt eben... Wait, die nimmst du? Ah ne, du hast Dings gedroppt. Ich brauch noch 78 damage für Red. Noch 78 für Red? Willst du eigentlich den Goldhelm? Komm mal her. Wollen wir noch auf den Drop warten? Ich will eigentlich aufs Schiff. Vielleicht ist er Goldhammer. Two. Aber lass mal den Drop abwarten. Gleich ist eine Devotion, tu. Dann komm ich schnell zurück. Oh. War das in dem Drop? In dem Drop war ne 3er Armour, ne 3er Bag und... Ach so, das Schiff ist ja hier? Wie wo ist hier? Ich fühl mich ein bisschen unsicher mit einer Wingman als Second Waffen, wa? Oh, okay. Ist halt durch. Kann ich gebrauchen. Ist sowas? Ich seh sie halt gar nicht, wa? Komm her, wenn du bald auch mal willst. Ich behalte mein Evo. Du musst schnell gehen, unten. Blocks gerade. Insane. Lohnt es sich ja 6 Batterien zu haben. Du behältst das Evo. Ich hab mein Redschild. 78 hast du gesagt? Ja, ich hab das fast auf Red. 78 hast du gesagt? Ja. Ich hab die nicht gesehen, wa? Also ich kann mir halt vorstellen, dass die Pits sind. Oder Bunker. Wann hast du Portal? Wahrscheinlich nicht Zeit, na wa? 60. Also 40 jetzt noch. Aha. Komm ich hier hoch. Alter, kennst du das auch, wenn du manchmal so richtig konzentriert bist, dass du voll wenig atmest? Nein. Ich schon. Ich atme manchmal teilweise richtig langsam. Und dann, wenn ich dran denke... Mach Sinn. Nein. Dann, dann merke ich wie so in meiner, in meiner Brust, das so irgendwie so drückt so ein bisschen. Und dann nehme ich erstmal einen tiefen Zugerlach. Das ist wunderbar, Matt. Hier hoch wolltest du. Was hast du für Waffen? F400? Ja. Unser Mate hat Craver. Das heißt, es ist vielleicht nicht schlecht hier zu sein. Wie gesagt, ich glaub die sind im fucking Pit. Oder Bunker. Aber eher Pit, weil die haben halt nicht geschossen und... Ich glaub die haben Containment vorhin gefightet. Wir haben noch ne Chance für nen Dropfer. Also wenn da jetzt... Eine Devotion, Devotion, Devotion drin ist... Ja du, dann geh doch hin. Ja du, das ist ihrs. Das ist ihr eigenes. Ich weiß. Ich geh gucken. Lol, dat waren 40% jetzt? Okay. Das heißt aber, die sind nur zu zweit, oder? Da haben Goldbeck. Oder? Weiß ich nicht, ob die nur zu zweit sind. Du hast doch gesagt, einer ist an der Border gestorben. Das muss nicht der vom letzten Swords sein, aber... Ja. Kann. Ja. Lass mal als Bait zu. Vielleicht kommt ja einer. Vorder runter zu gehen. Wait, die Zone ist halt actually zur Hälfte gar nichts. Ja, die Zone ist zur Hälfte bei uns. Aber wir können hier oben bleiben. Die können nicht mehr im Bunker sein, die sind Pitdo. Soll ich mal gucken gehen? Ich geh nicht gucken. Vielleicht ist es auch nur noch einer. So hinaus. Oh, der ist schon da, und der kämmt dir irgendwo. Das glaube ich weniger. Was will einer gegen drei machen? Just ended quick. Er kriegt eh nicht mehr Punkte. Noch einen mitnimmt vielleicht. Du. Die haben halt ne Devotion. Also höchstwahrscheinlich noch eine Devotion. Ich glaube jetzt nicht, dass der mit der Devotion Out of Song gestorben ist. Das kann ich denn nicht. Sag mal so. Ja. Die sind halt so safe Pit, wie ich ne Prowler-Gut habe. Ja, oder die sind halt hier hinten in der Ecke, oder? Die müssen halt nicht mal rauskommen. Ich geh auf die Mauer. Ich geh auf die Mauer. Die müssen jetzt raus, die müssen. Bis zum Gang vor. Na los ihr Bishes. Sobald ich sie sehe, schieß ich auch direkt. Like, what the fuck. Wie? Ich schieß direkt, ja. Nein. Wait. Ja, da ist er. Nein. Hat er gesagt. Hat nen 4er Evo Shield. Ist das nur einer? Ist das nur einer? Heißt das er ist rot? Nein, 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 nein. Hinter dem Stein. Hinter dem Stein, ja. Das ist nur einer da, oder? Ich würd den gerne ein bisschen poken. Ja. Damit ich Red Shield... Oh, guck an! Look at this fucking zone! Hey, das ist einer der... Das ist das erste Mal. Ja, das ist... Das ist nur einer, doch. Ja, das ist echt nicht. Ich muss gerne einen kleinen Lock, dude. He doesn't have the zone, man. Ich fache mich. Okay, wenn ich jetzt noch gut wäre, könnte ich... Minus 37... Nochmal Minus... Okay, there we have it. All I wanted. Und jetzt? Weiß man als Gegner, dass der... Weiß man als Gegner, dass der... Weiß man als Gegner, dass der eine... Weiß man als Gegner, dass der eine Upgradet hat? Wenn er mich nochmal entert. Achso. Komm mal, Dario Ich hab mein Red Shield Und jetzt bin ich portalen euch in, um ihn zu Ende zu treffen Klar Ich will uns auch nur harassen für Dings Für Shield Wo ist denn das Portal? Hier wir gehen Okay Keine Armour Oder Low Armour Ich hab's portalen, eigentlich Hab ihn, hit Hab ihn, dead Ein bisschen Trickshotten, ne? A10 Jep Das ist mein Die Frage ist jetzt, ist das der Up-Rank? Das ist der Weg nicht, glaub ich Damage ist insane